Die deutsche Dramatik ist doch echt eine Herausforderung. Absolut. Allein die Artikel. Es gibt ja keinen Bezug zwischen dem Artikel und dem Ding, das er bezeichnet. Warum ist es jetzt der Löffel, aber die Gabel? Es gibt keinen Anhaltspunkt. Außer jetzt zum Beispiel bei die Einparkhilfe. Das ist klar. Das ist schlau. Das ist gut gemacht. Direkt in die Schubikasse. Das geht gar nicht. Herr Bosbach und ich lehnen diesen Scherz komplett ab.